Hallöchen und willkommen zurück nochmal gegen die Reichen, das Team Zenith, gegen die Mutti-Bahn-Bande Doppelterraner, auf die nächstes Verräterinnen und wer Bock hat, gerne abonnieren. Du bist vorne, und ich könnte es aber abkriegen, weil ich hinten bin. Ja, das ist jetzt die Frage, was abkriegen. Ich habe ja mit Doppel-Barack eröffnet, ne, ich habe schon irgendwie gedacht, komm, schießen wir Doppel-Barack. Aber gut, gedacht, da kommt sowas. Die Sonne war aber auch extrem früh da, ey. Die wollte ich halt nerven, ne? Hier bist du eigentlich mit zwei kleinen Zug. Ja, hier bist du richtig safe drin. Sollte eigentlich die Sonne, ja, die Sonne ist gerade wieder abgedampft. Kommt bei dir jetzt, aber sollte dich auch nicht nerven. Jetzt mach ich ner 17er Scout. WBF einsatzbereit. so als nächstes in der linken zentrale macht aber keine exe ist ein bisschen seltsam da sind reingehen der tod kommt von oben Warum nicht? Ja, ich geh schon Ja, Double Reaper Wie hol ich mich? Es kommt wieder ein Double Reaper Ach kacke Benötige weitere Depots Ich hab's gern Depots Ich brauch immer wieder dasselbe Fallscher DBS bereit Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen Ich hab jetzt das Problem Ich habe gleich noch kein Sikron Naja Was Wichtiger Abwech der Kommandozentrale Fertig Nicht genügend WBF einsatzbereit Was liegt an? Ich brauch immer eine Lücke WBF bereit WBF einsatzbereit Systeme nominal Zyklon einsatzbereit Wird nicht packt WBF bereit Unsere WBFs werden angegriffen Erweiterung Jetzt hat er seine Exer Die hat oben fertiggestellt Unsere Verbündeten werden angegriffen Nicht genügend WBF bereit Wurden noch leben WBF einsatzbereit WBF einsatzbereit WBF einsatzbereit WBF einsatzbereit Ja komm zu mir jetzt WRF採SP WIT FAUF Ich hab noch WBF WV nicht ja es kommt sieger Ah, die sind halt besser als wir. Nee. Das ist auch bei den Roll-In und All-In und All-In-U-Fan. So, sie sind bei einer Ecke. Abmarschbereit! Ja, mir haben sie wirklich Schaden gemacht. Was? Mir haben sie doch ordentlich Damage gemacht, ey. Ja. Da echter Phoenix? Stimmt. Der ist nicht echt gewesen. Ich baue noch Depots, Junge. Dauten halt ordentlich und gut, ne? Ist doch bei dir. Fanz ist spät aufgebaut. Ja, ist vorbei. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich bin raus. Ich bin raus. Der ist sowas von vorne mit seinem Reborn und dann kommt gleich wieder das schon hinterher. Unsere BBFs werden angegriffen. Ja, ist halt jemand hat kein Makro-Spiel, ne? Süß halt. Naja. 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 Wieso kann ein... Wer hat die Flotechnik rumverlust? Wieso kann ein... Überlebten Orakel mittlerweile ein... Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mhm, hier... Dings, muss ich wieder mal ein Schlag? Was wichtig ist? Wieso ein? Ja, jetzt haben sie uns gesiegt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sie wünschen. naja guck mal da kommt das gleiche alles vorbei komm mal raus geben wir wollen die weiterspielen die waren einfach viel zu gut die sind gut gewesen die können wir eine scheibe abschneiden der Terraner hat halt keine Ahnung Apparate Source Mordor aber nicht vorne Wer hat Armee Bup naja klar hat das wie gesagt dann macht ihr mit den Vibron Stress und dann kloppt gleich der Drop na der hat ein schönes Bild da müssen wir sich das Bild immer angucken ja aber die Sachen sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahinten na bis dahint tschül das9 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 15 15 Untertitelung des ZDF, 2020